Und ich bitte euch noch einen totenen Applaus für Wilfrieds Ensemble. Okay, alles bereit? Das ist richtig, go. Also, geht's eigentlich. Ist noch nichts, oder? Okay, da kommt ihr einfach an, oder? Eins, zwei, drei, zwei, drei. Das ist richtig, go. Das ist richtig, go. Das ist richtig, go. Applaus 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 Danach ist Jutta mit ihrem Projekt dran. Jutta, genau, wunderbar, alles zum Vortrag. Und ich kann auch noch verabschieden, dass es ein kleines Extra heute geben wird. Und zwar wird es kurz im Ende eine kleine Option geben, wo drei Ukuleer verkauft werden. Und zwar sind das alte Taillei-Hukuleen vom Hukulee-Club. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt, aber man kann sich bei einem Club quasi in der Liste antragen, dass man eine Geschichte bekommt zum Kaufgruppen hier, die dann so durch die von einer Hand in die Hand ist. Und dann kann man spüren, was das eine oder andere gute Stückchen kommt. Und da gibt es so ein gewisses Kugler-Hukuleen. Und da hat es jetzt eine Erneuerung gegeben, die sind neu gekauft worden. Und die einen, die werden nicht einfach weggeschmissen, wie man das sonst vielleicht machen würde, sondern die werden dann höher und der Herr Lüß soll ja den Kuguleen zu gutem kaufen. Und also wer so einen Kauf und Feuer entsteigert, der fördert und unterstützt damit also eine zuteilige Vereine, die die Weltherrschaft anstrengt. Also das muss man wissen, ne? Also, ja, man kann nicht so... Gut, gestern war es nicht anders. Vielen Dank, ich habe mir ja auch wahre gesagt.